Es besorgt mich jeden Tag aus Neuer, wie Menschen sich bewusst manipulieren lassen und die Wahrheit ignorieren wollen, um nicht aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Guten Morgen! Steve Jobs, ein unbestritten beruflich erfolgreicher Mensch, den viele als Vorbild haben um ebenso erfolgreich zu werden und anerkannt zu werden, sagte am Sterbebett folgendes. In den Augen der Menschen gilt mein gesamtes Leben als eine Verkörperung des Erfolgs. Jedoch abgesehen von meiner Arbeit als solches, habe ich wenig Freude in meinem Leben gehabt. In diesem Augenblick wo ich im Sterbebett liege, nach mein ganzes Leben zurückblicke, verstehe ich endlich, dass all die Anerkennung und all der Reichtum, der Erfolg worauf ich so stolz war und was mir Sicherheit gegeben hat, keinen Wert hat. Den Reichtum den ich angeheucht habe, den kann ich nicht mitnehmen. Was ich jetzt noch mitnehmen kann, das sind die Erinnerungen die auf Liebe basieren und mit Liebe erschaffen worden sind. Das hat Wert! Dein Reichtum das ist die Liebe. Passt auf Euch auf und sorgt Euch um die anderen. Das hat Steve Jobs auf dem Sterbebett gesagt. Und schauen wir uns in der Welt um. So viele Menschen die nicht tun was sie lieben. Menschen die frühst zur Arbeit gehen mit einem unguten Gefühl, weil sich die Arbeit nicht richtig anfühlt oder das Arbeitsumfeld sie krank macht. Alles nur um Geld zu verdienen, alles nur um anerkannt und geliebt zu werden. Aber das ist keine echte Liebe die man da empfängt. Wenn Euch Eure Eltern oder Freunde ein schlechtes Gefühl geben nur weil ihr eine Arbeit macht die viel Geld bringt aber ihr diese kündigen wollt und im Übergang auch Arbeitslosengeld bezieht. Dann glaubt nicht, dass da Liebe im Spiel ist. Einer der erfolgreichsten Männer und reichsten Männer der Welt ist am Sterbebett zu der Erkenntnis gekommen die er Euch geteilt hat. Wieso glauben die Menschen an die Ideale, an die Worte die er während der Lebzeiten verkörperte und die sich für ihn als falsch herausgestellt haben, aber erkennen nicht das unglaubliche Potential der Wahrheit im Angesicht des Todes an? Warum hören Menschen lieber auf die Werbung als auf ihr Herz? Warum hassen die Menschen lieber als dass sie lieben? Warum nehmen die Menschen lieber als dass sie geben? Das macht alles keinen Sinn. Die Wahrheit ist oft genug ausgesprochen worden von Menschen die beides erlebt haben, die durch beide Welten gegangen sind. Wenn Euch Eure Arbeit quält, wenn ihr kein gutes Gefühl bei der Arbeit habt, dann solltet ihr diese Arbeit kündigen. Die Arbeit ist alles was Steve Jobs erfüllt hat, weil er eine Arbeit gemacht hat, die in einem Herzen lag. Die sich gut angefühlt hat. Ich selber arbeite seit 2014 rund um die Uhr und bin so zufrieden wie noch nie. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren. Er will arbeiten. Aber nicht um ein System am Laufen zu halten was ihn unglücklich macht. Gesellschaftlich hervorgerufener Stress und initiierte Ängste wie Altersarmut sind Garanten für die Schwächung des Immunsystems und begünstigen Krankheiten. Lasst Euch nicht manipulieren. Ihr habt das Recht glücklich zu sein. Ihr habt das Recht das zu machen was ihr wollt. Löst Euch von den Menschen die selber in diesen Kreisläufen gefangen sind. Ich selber war nach gesellschaftlichen Maßstäben ganz oben auf der Zielskala. Ich musste aber glücklicherweise nicht wie Steve Jobs auf dem Sterbebett landen um zu erkennen dass ich nicht glücklich war. Ich bin es jetzt glücklich. In der Armut. Nicht dass ich immer noch nicht in alter Verhaltensmusten zurückfalle oder ein perfektes Leben führe. Ganz und gar nicht. Nein mein Leben ist geprägt gerade in dieser neuen medialen Welt von Fehlern und Misserfolgen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum ein perfekter Mensch zu sein. Es geht darum seinen Herzen zu folgen. Und natürlich macht man dann Fehler. Es geht darum seinen Nächsten zu lieben. Die Arbeit zu lieben. Es geht um Liebe. So viele Menschen die diese Werte nicht annehmen können, obwohl sie selber nicht zufrieden sind, unter Depressionen leiden oder schon körperlich krank sind, aber sie kommen einfach nicht aus dieser Rolle heraus. Sie bezeichnen diese Einstellung der Liebe als Priorisierung, als träumerisch oder irrational, obwohl die Menschen die sie dann entsprechend als Träumer, Hippies oder was auch immer bezeichnen offensichtlich zufriedener sind. Sie kritisieren sie, sie gehen auf Distanz und nutzen dabei Argumente die sich aus gesellschaftlichen Kreisläufen etabliert haben, ohne diese jedoch in Frage zu stellen. Die Antwort auf alles ist schon da. Die Antwort auf Eure Krankheiten, die Antwort auf Eure Sorgen, die Antwort um Eure Ängste zu besiegen. Liebe. Diese Antwort kommt von Menschen die diese Grenzen schon überstiegen haben. Die Grenzen der Krankheit, die Grenzen des Todes, die diese Erfahrung schon gemacht haben oder sich das hergeleitet haben. Die Antwort ist da. Menschen, Idealisten die wie Steve Jobs auf dem Totenbett noch die Energie da reingesteckt haben die Menschen aufzurütteln und die geistige Evolution voranzutreiben. Menschen die verstanden haben. Menschen die keinen Grund mehr haben zu lügen um Produkte zu verkaufen oder ihre gesellschaftliche Stellung zu sichern. Wenn wir einen Menschen einen gebügelten Anzug mit Krawatte schön hübsch sehen, dann ist oft mit etwas Positiven verbunden und diese Menschen werden mehr respektiert und werden geachtet. Dabei ist eine ganz normale Baumwollhose mit Gummiband viel praktischer. Und wenn da ein paar Flecken drauf sind, das stört ja nicht. Sonst wenn ich Flecken auf dem Anzug habe muss ich wieder zur Reinigung bringen, aber das stört ja nicht. Das stört uns nur weil wir gelernt haben, dass uns das Zerstören hat. Und solche Kostüme zu achten, das wurde uns beigebracht, vollkommen ohne Substanz, keine Substanz. Da gibt es wunderbaren Film zum Thema mit Herz und Scham und verlinke ich Euch unten in der Infobox. Wunderbar. Wie dumm sind wir geworden, wie unbewusst und da ist es kein Wunder, dass die Leute sich auch in anderen Lebenssituationen manipulieren lassen. Besitz eine reine Illusion, Sicherheit eine reine Illusion, nichts mit Substanz, aber darauf basieren so viele Gedanken die wir täglich haben. Daran richten wir unser Leben aus, Versicherungen, Hausbau, Anerkennung, Altersvorsorge usw. Für mich ist es kein Wunder, dass auch Steve Jobs am Totenbett noch versucht hat die Menschen aufzurütteln. Weil wenn man das einmal erkannt hat, dann ist es so unfassbar das zu beobachten und es tut so unendlich weh im Herzen wie dumm die Menschen agieren. Die Menschen die man uneingeschränkt liebt, aber die eigentlich verstehen. Es ist für viele Menschen auch immer nicht nachvollziehbar wie ich selber jetzt die Menschen, die mich sogar hassen und die mir schaden wollen, wie ich denen trotzdem helfen will, auch wenn ich das offensichtlich nicht immer kann. Ich hatte mal ein Video gemacht, warum ich auch für meinen Idealismus sterben würde. Stellt Euch einmal vor, Ihr habt eine Flasche sauberes Trinkwasser in der Hand und vor Euch liegt ein kleines Kind was verdurstet. Und ihr sagt, nehmt doch das Wasser, nehmt doch das Wasser und dieses Kind oder die Kinder sagt dann, ne ne nehm ich nicht. Weil es gelernt hat, dass man anderen nicht vertrauen soll und stirbt. Das ist mein Leben wie ich es oft wahrnehme. Das ist das Leben von den Menschen die erkannt haben, dass nichts außer Liebe von Bedeutung ist. Es zerreißt einem das Herz wie Menschen unter Depressionen leiden, wie Menschen töten und diese Menschen die Lösung nicht annehmen können und immer wieder Argumente für ihr Scheißleben finden und einfach dieses Leben weiterführen. Es tut so weh Menschen Dinge anhaften zu sehen wie Geld oder gesellschaftliche Anerkennung. Dass sich dem Druck einer Gesellschaft beugt, die selber krank ist, der wird auch krank und kann niemals sein volles Potential entfalten. Nicht um erfolgreich zu werden und seine Ziele zu erreichen. Nein! Um zu leben.